Ja, Metal-Leute und herzlich willkommen zurück auf unserer kleinen Achterbahn der schlechten Lebensentscheidung und der Schlachtabfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um den Alt-Schauerberg. Es ist Samstagabend und Rainer hat mal wieder ein neues Video online gestellt. In diesem Video möchte er uns erklären, dass er sich in Zukunft viel mehr Mühe machen will, dass die Qualität seiner Videos besser wird, damit seine zahlenden Kunden viel mehr davon haben. Ja, jetzt mal ernst, Rainer erklärt uns, wie wir in Zukunft noch mehr Geld ausgeben können. Für das Gleiche. Rainer möchte weiterhin in seinem Haus sitzen und weniger arbeiten als eine Putzkraft, die eine 10-Stunden-Stelle hat und möchte dafür trotzdem bezahlt werden. Und wie, das erklärt er uns in diesem Video. Neu-Mitglieder-Ränge. Wir gucken beim Orakel, das ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, und wir gucken einfach mal rein. Mein Gott, warum ist er so grün? Ich meine, er sitzt vor seinem Greenscreen, ja, aber es sieht trotzdem so aus, als wenn er auch von vorne irgendwie grün angeleuchtet wird. Sein Gesicht ist auch irgendwie grün. Er ist einfach grün. Metal, Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute mit einem... Metal, Rainer, ich sehe, du hast hier richtig viel Mühe mit deinem Video gemacht. Du hast dich vor deinem Greenscreen gestellt, allerdings einen Greenscreen-Effekt einzufügen, dass deine Zuschauer immer was fürs Auge haben. Das war dir zu viel Arbeit. Erklär mir doch jetzt, wie ich dir mehr Geld geben kann, da für diese meisterliche Leistung. Ein neues Video, ausnahmsweise öffentlich. Ich habe ja schon mal gesagt, es wird Ausnahmen geben. Eine Ausnahme ist jetzt heute besonders wichtig, da es ein... Besonders wichtig. Es geht ja darum, dass wir ihm mehr Geld geben. Das ist besonders wichtig. Wenn es eine zukünftige Aktion gibt, wo ihr ja keine Videos und keine Streams mehr sehen könnt, bis auf Musikvideos und ganz kleine vereinzelte Videos wie das hier jetzt. Und ich habe jetzt vor, das ein bisschen zu verbessern für euch. Verbessern für uns. Für uns, seine Zuschauer, möchte er das gerne verbessern. Ist etwas zu vereinfachen für euch, damit ihr nicht unbedingt jetzt... Nein, vereinfachen nicht. Du machst aus einem Rang drei verschiedene Ränge und jeder einzelne Rang hat wieder verschiedene Privilegien. Das ist keine Vereinfachung, Rainer. Wenn du 5 Euro ausgeben musst, um auf meinem Kanal Videos schauen zu können, was ja nervig ist, aber ist halt leider so, habe ich mir überlegt, wir machen heute folgendes. Ich habe jetzt insgesamt drei Ränge. Es gab ja vorher den Drachi-Rang. Es gab ganz früher mal den Welpling, den Drachenbaby, den Drachi und den Draco-Rang. Und jetzt mittlerweile gibt es den Welpling, die nichts extra hatten. Also vollkommen egal, was für einen Rang man bei Rainer hatte. Die teureren Ränge, wo man einmal im Monat ein Gespräch mit Rainer hatte und exklusive Videos sind ja nie gekommen. Es ist vollkommen egal, wie viel Geld man bei Rainer ausgibt. Der Content ist immer der gleiche. Also jeder, der diesem Mann Geld... Hier habe ich Mauszeiger. Hier diesen Mann. Jeder, der diesem Mann hier wirklich Geld zuschmeißt, ist sowieso nicht mehr zu retten. Aber wenn man glaubt, dass man mehr bekommt, nur weil man mehr Geld ausgibt, der ist auf dem Holzweg. Das war noch nie so und das wird auch noch nie so werden. ... den Drachi-Rang und den Draco-Rang. Und alle drei Ränge, beziehungsweise einen Rang gab es ja schon. Das ändert sich auch nichts für die Leute, die... Na gut, es ändert sich schon was. Es ändert sich jetzt nichts groß für die Leute, die den Drachi-Rang haben. Ihr könnt jetzt allerdings eine Abstufung machen und könnt sagen, okay, mir reichen auch die 299 für den Welpling-Rang, weil der dann die... Es wäre einfach so cool. Leute, ich habe es schon gesehen. Der kleinste Rang 299, der mittlere Rang, das war der Rang, den es bisher gab, 499. Der teuerste Rang 20 Euro im Monat, um diesen grünen Kerl da zu abonnieren. Es wäre einfach so gut. Wahrscheinlich gibt es wieder nur einen einzigen, der im 20er reinwirft irgendwie. Es wäre einfach so lustig, wenn jetzt alle seine Abonnenten irgendwie von denen... Ich meine, ganz ehrlich, er macht ja auch eine Abstimmung unter seinen Abonnenten. Und da stimmt ja auch mehrfach, ob er eine neue Amazon-Liste haben soll oder nicht, ja oder nein. Da stimmt ja auch die Mehrzahl von seinen Abonnenten für nein. Also gehe ich mal davon aus, dass die Mehrzahl der Leute, die ihn abonniert haben, ihm nicht gut gesinnt sind, oder? Es wäre einfach so lustig, wenn jetzt einfach 80% seiner Abonnenten von 5 Euro runtergehen auf 3 Euro und er deswegen noch weniger hat. Das wäre einfach so gut, ey. ... Vorteile habt, die ihr vielleicht wollt. Oder ihr wollt vielleicht upgraden auf den Draco-Rang für 1999. So, gut. Dann fangen wir mal von vorne an. Mit welcher? Es ist unfassbar. Also, ich wüsste gar nicht... Leute, ich würde auf meinem YouTube-Channel, würde ich euch nicht mal eine Mitgliedschaft für 1,99 anbieten, weil ich wüsste nicht mal, was ich euch für 1,99 im Monat, jeden Monat, was ich euch dafür bieten soll. Wie kann sich dieser Mensch da hinsetzen und allen Ernstes sagen, ihr könnt mich abonnieren für 20 Euro im Monat, Reine? Für 20 Euro im Monat kann ich alleine als Ein-Personen-Haushalt, kann ich easy Lebensmittel von leben. Für 20 Euro koche ich euch für 7 Tage, 3 Mahlzeiten am Tag, ist kein Problem. Gibt es nicht jeden Tag Fleisch, aber es ist egal. Davon kann man leben. 20 Euro im Monat, für... Wofür? Wofür? Aber das ist ja egal. Man unterstützt ja reine gegen das Mobbing, ne? Ich habe heute die ganzen Vorteile für euch da und habe mir gedacht, wir machen ein Video draus. Punkt Nummer 1 an der ganzen Stelle hier ist... Das ist übrigens dein einziges Video diese Woche. Damit könnten wir mal anfangen, Reine. Also, du hast einen Dragon Monday gemacht und ein paar Streams. Und von den Streams hast du noch nicht mal die Aufnahmen von diesem Stream online gelassen, damit man sich die nochmal angucken kann. Das Einzige... Und ist der Dragon Monday noch da? Ich weiß es gar nicht. Also, du willst mir jetzt erzählen, für wie viel Geld man dich abonnieren kann? Und das Video, wo du mir erzählst, warum man dich abonnieren soll, ist das Einzige Video, was du diese Woche gemacht hast. Einer. Merkst du was? Irgendwie? Abonniert mich doch, weil... Das ist das Einzige Video, was er diese Woche gemacht hat. Das ist schon... Damit ist schon die Beweisführung abgeschlossen, warum man diesen Menschen nicht abonnieren sollte. Der Welbling-Rang, der bekommt die Emotes. Ihr bekommt ein Icon für euer Profilbild auf meinem Kanal. Wenn ihr auf meinem Kanal seid, habt ihr quasi dann das Icon von meinem Profil. Damit die ganze Welt sehen kann, wie dumm ihr seid. Dass ihr diesem Menschen Geld hinwerft. Dafür, was er tut irgendwie. Für den einen Monat oder für dann zwei Monate oder drei Monate oder fünf Monate oder sieben Monate oder zehn Monate. Irgendwie so. Oder für ein Jahr. Und das sind halt die, die ihr machen könnt. So. Leute, die bereits den Drachirang haben, müssen sich jetzt keine Sorgen machen. Ihr könnt nach wie vor den Drachirang behalten. Ihr habt ihn auch weiterhin. Ihr müsst das nicht neu abonnieren. Ihr könnt höchstens, wie gesagt, runterstufen oder hochstufen, wie ihr das möchtet. So. Dann hätten... Als ob irgendjemand freiwillig hochgeht auf 20 Euro im Monat. Gerade die Leute, die jetzt schon drachig sind, die wissen, was sie dafür bekommen. Nämlich gar nichts. Dann hätten wir die folgenden Vorteile. Es sind drei Vorteile pro Rang. Bis auf den Drachorang. Der hat vier Vorteile. Wobei man dazu sagen muss, dass ein Fun-Vorteil dabei ist. Gut. Wir haben am... Fun, Fun, Fun. Beim Welbling-Rang haben wir erst einmal einen Stream am Samstag. Der Samstag-Stream, der jetzt diese Woche ausfällt, wegen dem Video hier und wegen ein paar anderen Vorbereitungen und so weiter. Das ist es. Also er macht Werbung damit, wenn ihr Welbling bei mir werdet, wenn ihr mich abonniert, dann habt ihr am Samstag einen Stream. Aber diesen Samstag ist kein Stream, weil... Das ist es. Ohne Scheiß. Das ist es. Wird für die Zukunft so laufen, dass ihr beim Welbling-Rang eben die Möglichkeit habt, in dem Stream am Samstag zuzuschauen und zu kommentieren. Ihr könnt aber nicht anschauen, den Stream am Dienstag, den Stream am Mittwoch... Entschuldigung, den Stream am Dienstag und den Stream am Donnerstag und auch nicht den Stream am Sonntag. Diese Streams fallen für euch aus. Wow, also 2,99 Euro, 3 Euro im Monat abonnieren dafür, dass ich 4 Streams im Monat gucken kann. So, äh... Wow, warte, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Also 4 Streams im Monat, wenn ihr Glück habt, ne? Weil diesen Samstag ist es ja schon ausgefallen, weil Rainer hatte ja viel zu tun, ne? Also, wie immer, eine Garantie, dass ihr irgendwas davon bekommt, was ihr euch jetzt versprecht, gibt's ja sowieso nicht. Für 3 Euro. Für 3 Euro könnt ihr ausgeben und dann gibt's erst mal 2 von 3 Streams in der Woche, wo ihr hier nicht gucken könnt. Das ist doch schon mal was. Da hast du doch schon mal einen Stream. Samstags kannst du den Stream gucken. Außer ihr seid eben auf dem höheren Rang. Das werd ich dann aber gleich noch genauer erklären. Dann hätten wir als zweiten Vorteil Community-Beiträge lesen und kommentieren. Ihr wisst ja, dass ich unter Community gelegentlich mal Posts mache. So Abstimmungen und so weiter. Zu Abstimmungen komme ich gleich noch mal genauer. Da kann man sich einen Twitter-Account für, ähm... Da kann man sich einen Twitter-Account für machen in der Dragon-Drachen-Game-Bubble. Und kann ein paar Leute followen. Und dann kriegt man alles mit, was in seinem Community-Bereich los ist. Aber so Beiträge könnt ihr dann da lesen, könnt ihr schreiben und so weiter. Da werd ich auch ab und zu mal so ein bisschen so einen kleinen Tagebuchantrag machen und sowas in die Richtung. Das heißt, da könnt ihr auch lesen und kommentieren, wenn ihr möchtet. Und könnt mir auch ein bisschen so euren Senf mitteilen. Und dann habt ihr natürlich... Das bezweifle ich, Rainer. Also, die Leute können dir ihren Senf mitteilen, solange dir der Senf gefällt, ne? Und wenn nicht, dann zack, Banker mal. Ich hab dem Welbling-Rang auch Zugriff auf den Discord. Das ist dann auch für die Möglichkeit, dass ihr auf dem Discord quatscht. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, eventuell mal mich zu treffen. Ich bin da zwar nicht sonderlich aktiv in der letzten Zeit. Speziell, weil ich momentan die Musik mache, weil ich mit YouTube viel zu tun hab. Und weil ich im Privatleben ja auch noch irgendwo was hab. Weil du mit YouTube viel zu tun hast. Du hast mir am Montag im Dragon Monday erklärt, dass jetzt wieder alle deine Pläne kaputt sind. Und dein Plan ist im Moment, drei Streams die Woche zu machen. Und deine derben GNB-Tage, aus denen nichts geworden ist, logischerweise diese Woche, kam einfach mal gar nichts. Das, was ich mir jetzt angucke, Samstagabend ist das erste Video, was Rainer diese Woche macht, irgendwie. Da ich im Moment so viel für YouTube zu tun habe. Aha, Rainer. Dann weiß ich ja schon, wenn ich dich für drei Euro im Monat abonniere, dann weiß ich ja schon, was ich dafür bekomme. Nämlich gar nichts. Weil du hast ja immer so viel zu tun für YouTube irgendwie. In deinem Discord trifft man dich sowieso nicht an, weil du da in deinem inneren Kreis bist, wo du deine fünf bis zehn Schwerlutscher hast, irgendwie. Als ob du dich noch in einen Channel begibst mit irgendwelchen Leuten, die nur drei Euro im Monat bezahlen. Als ob du dir davon irgendjemandem was anhören lässt. Man kann ja nur hoffen, dass diese neuerliche Offensive nicht dafür sorgt, dass irgendwelche Leute sagen, ja, fünf Euro ist es mir nicht wert, aber für drei Euro kann ich ihn mal beleidigen. Leute, mach das nicht. Gebt diesen Menschen kein Geld. Auch wenn er von diesen drei Euro wahrscheinlich nur die Hälfte bekommt, weil die Hälfte zwackt sich YouTube noch ab. Aber das ist es halt einfach nicht wert. Deswegen bin ich ja nicht so aktiv aktuell, aber auf jeden Fall habt ihr dann die Möglichkeit, auf den Discord zu kommen und mit der Community zu quatschen. Mit der Community zu quatschen, weißt du? Das ist wieder dieses, der Discord ist von meiner Community für meine Community. Du hast keine Community, Rainer. Du hast ein paar Leute, die irgendwie, keine Ahnung, du hast ein paar Speichellecker, die aus was für Gründen auch immer irgendwie Kontakt mit dir haben wollen. Und ansonsten hast du gar nichts. Ist ja geschenkt, kriegt man richtig viel für seine drei Euro. Für 499, das ist der Drachirang. Der Drachirang ist folgendes. Ihr habt alle Vorteile, die ich jetzt vorgelesen habe, inklusive der Emotes und so weiter. Alle diese Vorteile habt ihr. Plus weitere drei. Und zwar Livestreams. Livestreams, ihr könnt alle Livestreams sehen und schreiben, außer am Sonntag. Der Sonntagslivestream ist ausnahmslos nur für die Leute, die den Drachirang haben. Ich erwähne nochmal, dass im Januar er einfach so gestreamt hat. Für alle. Also seine neuerliche Alternative ist jetzt, er erklärt mir das jetzt als Vorteile. Aber Rainer, du hast immer für alle Leute gestreamt. Alle Leute konnten sich deine Streams angucken. Nur deine Mitglieder konnten darin chatten. Aber das war doch in Ordnung. Plötzlich von jetzt auf heute machst du das in einer Paywall. Jetzt müssen die Leute bezahlen dafür, dass sie deine Streams auch nur anschauen können. Mit was für einer Qualität begründest du das? Das ist doch nichts. Ich mache heute genau das gleiche wie gestern. Ich habe nichts verändert. Ich mache nichts besser. Aber ab jetzt müsst ihr dafür bezahlen. Weil warum nicht? Weil ich brauche mehr Geld. Das ist das Einzige. Habe ich mir gedacht, weil es so ein bisschen Hintergrund-Action ist. Weil ich ein bisschen Skripte schreibe. Mich mit den Leuten unterhalten nebenbei. Vielleicht noch ein bisschen im Kommentaren und Zeug und so weiter. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das ja so, dass wir... Auch das war vor einer Woche noch eine Ankündigung. Hey, ich mache für meine Mitglieder am Sonntag einen Stream, wo ihr sehen könnt, wie ich mich auf die neue Woche vorbereite. Das war damals noch für alle. Jetzt ist aber auf die Idee gekommen, das ist nur für die Dracos. Also irgendwas, was er vor einer Woche gesagt hat, ich mache das einfach mal für alle meine Mitglieder, ist jetzt hinter einer 20 Euro Paywall verschwunden. So, ohne ihr... Ein Stream, den er noch nicht ein einziges Mal gemacht hat. Das ist bis jetzt nur eine Ankündigung, Leute. Er hat noch nie so einen Stream gemacht. Morgen ist Sonntag. Gucken wir mal, ob so einer kommt. Was meint ihr irgendwie? Maggesehen davon, dass natürlich wieder alles zu sehen ist für... Alles zu sehen ist bei irgendwelchen Re-Streamern. Obwohl ich ja hoffe, dass wenn er so einen Stream mal macht, dass ich den nicht als Re-Up sehe, weil das bedeutet ja, der Re-Streamer müsste dann leider 20 Euro dafür bezahlen. Ich hoffe es nicht. Jeder einzelne Euro, den Rainer fehlt, ist mir auf jeden Fall das wert. Auf diesen Stream verzichte ich irgendwie. Keine Ahnung. Den Sonntag-Stream, wenn denn überhaupt Leute den Draco-Rang haben, das werde ich vermutlich so machen, dass ich den nur mache, wenn dann auch Draco-Leute da sind, weil... Möchtest du dann für einen Menschen Live-Stream, Rainer? Wirklich. Also, was hat er letztens? Seine Mitglieder-only, seine Mitglieder-only Pokémon-Streams, da hatte er letztens 14 Zuschauer oder so, weil es sind ja logischerweise auch nie alle da. Er selber behauptet, er hat im Moment 160 Mitglieder, aber machst du dann am Sonntag einen Stream für eine einzige Person, Rainer? Hast du da Bock drauf? Nur, wie der Drang ist, aber wir werden es dann mal schauen. Ich sehe ja immer, wenn Leute abonnieren und ich sehe auch, was für einen Drang ihr euch abonniert. So viel dazu, das heißt... Hoffentlich so wenig wie möglich. ...durch das Thema dürfte erledigt sein. Dann haben wir eine weitere Sache und zwar wisst ihr, dass ich gelegentlich mal Abstimmungen mache auf YouTube. Auf deren Ergebnisse du scheißt, im hohen Bogen, Rainer. Du hast eine Abstimmung gemacht, soll ich mir meine Amazon-Wishlist wieder machen? Für alle 4.000 Leute haben abgestimmt, 80% nein. Und daraufhin hast du eine Abstimmung nur unter deinen Mitgliedern gemacht, in der Hoffnung, dass ein anderes Ergebnis dabei rauskommt. Und selbst nur unter deinen Mitgliedern, selbst nur unter den Leuten, die Geld bezahlen, um da zu sein. Selbst da war das Ergebnis, nein, mehr als 50%. Und deswegen läuft das Ganze wie folgt. Sämtliche Abstimmungen, die ich mache, sämtliche Abstimmungen, werden ausnahmslos für Leute sein, die den Drachirang oder Höhe haben. Weil für die Höhere geht es ja automatisch. Das heißt, ihr braucht mindestens den Drachirang, um bei Abstimmungen mitmachen zu können. Drei Euro im Monat reichen nicht aus, damit ihr einmal bei einer Abstimmung Ja oder Nein klicken dürft, Leute. Wenn ihr nicht mindestens fünf Euro im Monat bezahlt, ist eure Meinung bei Rainer nichts wert. Nichts. Das soll den Hatern ein bisschen den Wind aus die Säge nehmen, um die Möglichkeit zu geben, damit die Abstimmungen möglichst gerecht sind und nicht immer nur so Fake-Sachen von den Hatern. Leute, die drei Euro im Monat bei dir bezahlen, sind nichts wert. Das sind Kollateralschäden, die du in Kauf nimmst, damit du es den Hatern nicht so leicht machst. Ne, Rainer? Es geht nicht darum, dass du es den Hatern leicht machst. Du möchtest wieder ein paar Euros in deiner Tasche haben. ...hatern, die die ganze Zeit negativ beeinflusst werden. Roll, Probleme mit dem Mikro-Cut. Egal. Vorhendes, ich habe noch eine Kleinigkeit zur Abstimmung zu sagen. Und zwar für die Leute, die bereits Mitglieder sind. Ich habe eine Abstimmung gemacht. Noch einmal auf Wunsch. Wir haben alle die Abstimmung gesehen. Da müssen wir keine Mitglieder für sein, Rainer. Du schaffst es nichts, geheim zu halten. Nichts. Wenn du irgendwas machst, kriegen wir es mit. Von der Sache mit der Amazon-Wunschliste. Das Ganze ist auf Nein. Das war mir vorher klar. Das ist eigentlich nur, damit ich das mal da stehen lassen kann, damit jeder checkt, ah, ja, okay, es ist schon Abstimmung und die Abstimmung hat sich erledigt. Weil ich wurde schon gelangweilt damit, ja, Abstimmung, Abstimmung, mach nochmal eine Abstimmung. Und ich mache jetzt nur die eine Abstimmung nochmal, das wird auch auf Nein. Er wurde schon gelangweilt damit, ne? Die Leute haben ihn gelangweilt. Möchtest du nicht einen YouTube-Play-Button haben? Die Leute haben ihn gelangweilt. Ach, mach doch nochmal eine Amazon-Wishlist-Abstimmung. Das langweilt Rainer ja alles. Er möchte das ja eigentlich gar nicht selber machen. Bleiben, so wie ich das kenne. Ist halt so. Ähm, und ich hatte ja bereits die vorherigen Abstimmungen gelöscht, weil ich ja alle Beiträge gelöscht gehabt habe. Also kurz gesagt, äh, diese Abstimmung ist nur eine formelle Aktion. Mir war schon klar, dass es auf Nein ist und auch auf Nein bleibt. Dann lass sie doch sein. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, äh, ja, zum Thema Abstimmung für die Amazon-Wunschliste. Also es wird keine neue Amazon-Wunschliste geben. Jedenfalls ist das bisher der Plan. Jedenfalls ist das bisher der Plan, Leute. Also wir merken, für 3 Euro im Monat ist es nicht wert, dass du abstimmen darfst. Du musst ihm mindestens 5 Euro im Monat geben, damit du überhaupt abstimmen darfst. Und wenn er jetzt irgendwann im Laufe der nächsten Wochen eine neue Amazon-Wunschliste hat, hat er auch auf die Leute, die mindestens 5 Euro bezahlen, im hohen Bogen geschissen. Weil das macht Rainer. Alle sollen ihm Geld geben, ne? Ist doch, trittst du den Hatern mit im Arsch? Ist doch ein gutes Zeichen gegen Mobbing. Geld geben, niemals was dafür bekommen. Und er scheißt noch im hohen Bogen auf die Meinung von den Leuten, die ihm Geld geben. Okay, so viel dazu. Und dann haben wir, Entschuldigung, mal kurz zuklappen hier. So, und dann... Das kann man rausschneiden. Dann haben wir noch den letzten Vorteil. Dragon Monday und Videos. Das ist natürlich, so Dragon Monday steht natürlich nur stellvertretend für alle Videos, die ich so mache. Sprich, Time of Metal, kurz von der Idioten, 4 Drachen und der Metal, bla 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 bla. Egal, welches so weiter kommen, auch Vlogs und so weiter. Wobei Vlogs, ich mir noch überlege, ob ich die nicht für Welblinge auch freischalte. Das werde ich mir noch anschauen. Das wird aber dann, wenn dann noch... Du solltest dir mal überlegen, ob du Vlogs machst, Rainer. Du hast noch keinen einzigen gemacht. Du musst nicht überlegen, ob du die für die Drachis oder die Welblinge oder die Dracos freischaltest, wenn du keine machst. Du solltest erst mal anfangen, welche zu machen. Und dann kannst du die Gedanken darüber machen, wer die sehen soll. In den Vorteilen vermerkt sein. Auf jeden Fall werden im Normalfall Dragon Mondays und Videos mit vielleicht, vielleicht, Ausnahme von den Vlogs, für Leute, die den Drachirang oder höher haben, freigeschalten. Das heißt, auch wenn ihr meine Videos schauen möchtet, müsst ihr leider auf den Drachirang gehen. Das geht vor allem darum, dass ich dir einfach ein bisschen den Hatern, wie gesagt, auch den Windows-Decke nehmen, weil ich keinen Bock habe den ganzen Tag, mich immer mit irgendwelchen Hate und Hass rumzuschlagen. Du weißt doch, dass alles von dir gereupt wird. Das hast du letzten Dragon Monday hast du das noch gesagt. Du weißt doch, dass alles von dir hochgeladen wird, Rainer. Du musst mindestens Drachi sein, um Dragon Monday zu gucken. Das heißt, dieser Welbling, 3 Euro im Monat, ein kostenpflichtiges Abonnement von ihm, bedeutet, dass du, du darfst nicht bei den Umfragen abstimmen und du darfst dir nicht mal den Dragon Monday angucken, wenn du ihn für 2,99 Euro im Monat abonnierst. So. Das ist das einzige Video, was rausgekommen ist diese Woche. Außer dieses Video, was wir uns jetzt angucken. Und das bekommst du nicht. Auch nicht für 3 Euro im Monat. Je länger, das ist so eine Unverschämtheit. Wie er einfach alles, das habe ich die letzten 6 Monate, habe ich Dragon Mondays gemacht und jetzt, ab jetzt ist einfach alles anders. Du musst jetzt bezahlen. Und du musst nicht nur ein bisschen Geld bezahlen, 3 Euro reicht nicht. Du musst mindestens ihn für 5 Euro abonnieren, damit du die Dragon Mondays guckst. Also, was ist denn das irgendwie? Die Leute, die dich abonnieren wollen, du trittst die mit Füßen. Glaubt er jetzt, dass er dadurch jetzt mehr Leute bekommt oder was? Oh, mehr Leute, die vielleicht eventuell für, ganz ehrlich, ich glaube, wie war das noch? Das kleinste Abo bei YouTube ist 99 Cent. Kann das sein? Oder so? Wenn er für 99 Cent oder für 1,99, wenn er das kleinste Abo genommen hätte, hätte ich ihm ja noch gesagt, vielleicht möchte er einfach versuchen, möglichst viele Leute anzulocken, die einfach nur ein bisschen Scheiße auf seinen Discord bauen, damit er die bannen kann oder sonst irgendwas. So einfach nur Leute, die Scheiße schreiben wollen, noch ein bisschen Geld mit den Hatern verdienen. Das hätte ich verstanden, wenn er das kleinste mögliche Abo genommen hätte. 2,99 Euro ist nicht das kleinste mögliche Abo. Er lässt die Leute noch bezahlen, 3 Euro und sie dürfen sich nicht mal den Dragon Monday angucken. Alles, was er vor einem Monat noch umsonst gemacht hat für seine Zuschauer, ist jetzt hinter einer Paywall. Die Leute sollen jetzt bezahlen, dafür, dass er absolut gar nichts macht. Am Dragon Monday am Montag hat er mir noch erzählt. Der neue Plan, jetzt ist alles wieder anders. Alles, was er sich im Januar vorgenommen hat, wurde jetzt wieder weggecuttet. Es ist nichts mehr da. Von vor zwei Wochen auf jetzt hat er einfach alles wieder rausgeschmissen. Er will einfach überhaupt nichts mehr machen, aber die Leute sollen jetzt gefälligst dafür bezahlen, dafür, dass er überhaupt nichts macht. So eine Unverschämtheit, so ein Internetbettler. Weil ich bin über 30, ich habe keinen Bock, den ganzen Tag mein Leben mit Hass und Streit zu verbringen. Auch wenn Leute mich immer dumm anmachen, weil ich angeblich so scheiße bin. Ich bin aber der letzte Mensch, der auf der Welt Streit sucht und streiten möchte. Dann werden wir auch... Ja, Reaction Streams. Leute vor deinem Haus. Wir wissen es, wir wissen es. Ich will durch dieses Video durch. Schon beim nächsten Rang, das wäre dann der Draco-Rang. Ebenfalls natürlich hier bei den Vorteilen wieder alle Vorteile, die ihr aus den vorherigen Rängen habt. Gut, und dann haben wir hier mitentscheiden. Das ist der erste Vorteil. Das wird im Prinzip ablaufen wie eine Abstimmung, die allerdings... Beziehungsweise es wird nicht ablaufen, das muss ich genauer erklären. Es wird nicht ablaufen wie eine Abstimmung. Es wird folgendermaßen passieren. Ihr habt die Möglichkeit, mir in dem Community-Beitrag zu schreiben. Also ich schreibe dann irgendeinen Post. Ja, so, was wünscht ihr euch für den kommenden Monat? Und dann schreibe ich halt so rein, was das Beispiel ist. Und dann könnt ihr halt quasi in die Kommentare reinschreiben von den Beiträgen, dass ihr das und das Projekt vielleicht gerne hättet oder vielleicht ein Video zu dem Thema. Und ich werde natürlich nicht hundertprozentig auf dieses Thema eingehen oder nicht hundertprozentig auf das Ding eingehen. Natürlich nicht. Du wirst gar nicht darauf eingehen, Rainer. Zwei Möglichkeiten. Die Leute haben die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen zu schreiben und du scheißt einfach drauf oder du gibst den Leuten eine Möglichkeit. Was möchtet ihr in den nächsten Monaten sehen? A. Pokémon Streams. B. Time of Metal. C. Überlege ich mir noch irgendwas anderes? Das wird dann die Abstimmung sein. Also, als ob sich Rainer von irgendjemandem um was reinreden lässt. Nein. Auch Leute, die ihm 20 Euro geben. Kannst du klicken. Du kannst bei ihm vom Haus mit einem 500-Euro-Schein rumwedeln und sagen, hier, mach mal, Drache geht oder so. Als ob Rainer sich noch von irgendjemandem beeinflussen lässt. Der versucht jetzt einfach nur Geld daraus zu ziehen und sagt, ja, ihr könnt mitbestimmen. Also, wer diesen Typen lang genug kennt und glaubt, dass man da irgendwie auch gegen Geld da irgendwie mitbestimmen kann bei ihm, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das glaubt man. Das kann ich im Vorfeld nicht sagen. Ich weiß nicht, was ihr da reinschreiben werdet. Aber ihr habt auf die Art und Weise Möglichkeiten, mich ein bisschen zu beeinflussen, in welche Richtung die Videos gehen sollen. Weil wenn ich sehe, ihr möchtet viele Videos über Musik, dann kann ich in die Richtung gehen. Wenn ich sehe, ihr möchtet viel über Filme oder Spiele oder Animes, dann kann ich in die Richtung gehen. Was ist denn mit deinem neuen Musikvideo, was schon Ende November fertig sein sollte, Rainer? Rainer, mal ein ganz verrücktes Beispiel. Wenn ich eine Dachdeckerfirma habe und ich nehme einen Auftrag an und dann komme ich nicht. Dann nehme ich nächste Woche einen Auftrag an und komme ich nicht. Dann nehme ich nächsten Monat einen Auftrag an und dann komme ich nicht. Dann habt sich das irgendwann mal in der Stadt rumgesprochen und dann kommen auch keine Leute mehr zu mir, Rainer. Du bist der Ankündigungslord und du bist der Lügenlord. Sachen ankündigen, um sie dann nicht zu machen, zu sagen, ich mache das jetzt und es kommt am Ende nichts, ist genau dein Ding. Das ist das, was du immer tust und jeder weiß das. Deswegen kannst du auch keine Leute locken mit, ja, gib mir mal Geld, dann könnt ihr mit, dann könnt ihr mit beeinflussen, was ich mache, Rainer. Das geht nicht. Du bist die Dachdeckerfirma, die nie erscheint und deswegen kommt auch keiner, also, wenn das wirklich irgendjemand macht, das ist ja, weiß nicht, das will ich ja sehen, dass dann ein Typ, ein Wahnsinniger, der irgendwie das 20-Euro-Abo abschließt, dann fragt Rainer einmal im Monat, ja, was soll ich denn nächsten Monat machen? Dann schlägt der irgendwas vor und das wird einfach nicht gemacht. Also, was soll denn dann sonst kommen? Über das Thema Sport? Du willst sonst nie irgendwas zu tun haben mit dem Thema Sport. Du willst nicht auf Sport angesprochen werden und wenn mal ein berühmter Fußballer schlirbt, dann glaubst du, dass der ein Lutscher war, weil der ein Fußballer war, Rainer. Jetzt willst du also über Sport reden oder was? Auf diese Themen, die ihr euch wünscht, eingehe, weil ich das ja vorher nicht weiß, es kommt ja auch drauf an, es muss ja auch irgendwas sein, womit ich mich auseinandersetzen kann und beschäftigen kann, weil ich mich damit auskenne oder eben mich damit auseinandersetzen möchte. Sonst wird das Video für den Hinterher für den Arsch, deswegen läuft das Ganze so. Ihr könnt euch jetzt, wie gesagt, überlegen, was ihr möchtet. Ja, er macht genauso weiter wie Montag, Leute. Also, er sagt, gebt mir erstmal Geld, dann könnt ihr mir was vorschlagen, aber ob ich das Vorgeschlagene mache, das müssen wir dann mal gucken, weil ich muss mich dafür ja auch interessieren. Er hat gerade gesagt, es ist wieder nur Luft, es ist wieder nur heiße Luft, die da kommt. Ja, wir gucken mal, ob ich das realisieren kann, aber gib mir erstmal Geld. Gib mir erstmal Geld und danach gucken wir, was so passiert. und könnt dann da ein bisschen meinen Kanal... Das ist Betrug. Also, Rainer ist ja nicht nur ein Bettler und ein Schmarotzer, er ist ein Betrüger. Er versucht, Leute dazu zu bringen, ihm Geld zu geben, indem er ihnen Sachen verspricht, die dann nicht kommen. Das ist Betrug. Einfach ein Betrüger. Es ist mir egal, ob er juristisch dafür verurteilt werden kann, für mich ist er ein Betrüger. ... für den kommenden Monat beeinflussen. Gut, das wäre der erste Punkt. Gibt's den nächsten Vorteil? Es den Hatern zeigen. Das ist der Fun-Vorteil, den ich euch schon gesagt hatte. Das ist einfach nur so ein bisschen ein Gag. Ihr könnt quasi auf die Art und Weise den Hatern ein bisschen so den Mittelfinger zeigen und sagen, ha, es gibt Leute, die den Drachen unterstützen. Mehr ist dieser lang nicht. Das ist im Prinzip einfach nur... Ihr könnt das auch nicht kaufen und dann könnt ihr sagen, ha, der Typ verliert bald sein Haus. Wie wäre das denn irgendwie? Also das ist mal wieder... Ja, ne? Rainer glaubt ja, es gibt ja diese kleine Gruppe von ruhigen Drachis, die ja eigentlich seine Unterstützer sind, die einfach nur nicht öffentlich auftreten, weil sie Angst haben vor den Hatern. Jetzt abonniert mich doch mal für 20 Euro, dann könnt ihr es den Hatern richtig zeigen, ne? Also Rainer fantasiert sich da auch eine Dynamik rein, die es einfach nicht gibt, Rainer. Es gibt nicht einen einzigen Drache hier auf der Welt. Und dass du irgendwie 100 Abonnenten auf YouTube hast oder so, das ändert nichts daran. Die wenigsten Leute davon wollen dich unterstützen. Das glaubt man. Nur zum Mitglied werden. Einfach nur so ein bisschen, um den Hatern ein bisschen so, ne? Den Wind aus den Eiern zu nehmen. Äh, den Segeln. Entschuldigung. Wind aus den Eiern geht ja nicht. Was ist denn das vorhanden? Das kann man nicht nehmen. Dann hätten... Hahaha. ...diskord-Raum. Das dürfte vielleicht auch interessant sein. Und zwar läuft das Ganze so, dass die Leute, die den Draco-Rang, sprich für 20 Euro haben, bekommen im Normal-User einen eigenen Raum. Das heißt im Klartext, alle, die den Draco-Rang haben, können im Discord in einen eigenen Raum, in den auch Normal-User gehen können. Es gibt auch ein paar Änderungen auf dem Discord, aber dafür mache ich vielleicht ein anderes... Wieso haben sie einen extra Raum für die Dracos, wenn da auch die Normal-User reingehen können? Was macht das... Macht das Sinn? Nein, macht es natürlich nicht. Das Video da erklärt es im Dragon Monday vielleicht nochmal, weil es hat jetzt ein paar Änderungen gegeben, die für euch nicht unbedingt relevant sind, aber ja, darauf werde ich dann nochmal genauer eingehen im Dragon Monday, denke ich, am Montag. So, das ist quasi der nächste Vorteil. Also ihr habt quasi die Möglichkeit, einen eigenen Raum zu beziehen im Discord, in den nur die Leute, die den Draco dann reinkommen. Das hast du gerade anders gesagt. Ich garantiere für nichts, aber es kann sein, dass ich in dem Raum auch ab und an anzutreffen bin. Also vielleicht auch ein kleiner Anreiz für euch. Wow, also ein weiterer Punkt. Gebt mir mal 20 Euro. Vielleicht habt ihr was davon. Vielleicht nicht. Ich kann es nicht garantieren, Leute. Der letzte ist der Stream am Sonntag. Das habe ich ja bereits erklärt. Der Stream am Sonntag ist geplant als so ein kleiner... Nennen wir es als kleinen Anreiz einfach eine... Ich habe den Namen vergessen. Als kleinen Anreiz, dir 20 Euro zu geben. Sag es doch, wie es ist. Weil du den Leuten noch irgendetwas geben musst, was deiner Meinung nach es... Das Sinn macht, dir noch einen Rang über dem Drachi zu geben. 20 Euro. Er hätte ja auch 10 machen können. Doppelt so viel wie ein Drachi. Aber nein. 3, 5, 20 Euro. So. Du weißt doch jetzt gerade, du suchst doch gerade jetzt nach Worten. Du hast keine Ahnung, was du machen sollst in diesem Sonntags-Stream. Aber du musst den Leuten ja noch irgendwas geben in der Hoffnung, dass sie irgendeiner 20 Euro gibt, damit du noch mal ein bisschen Strom kaufen kannst. Das ist doch reine und sonst nichts. Die Leute geben dir Geld und sie bekommen nichts und du versuchst, dich da jetzt gerade rumzuschlängeln. Der Stream am Sonntag ist so ein kleiner Hintergrund-Stuff-Action-Stream, sag ich mal. Das heißt... Hintergrund-Stuff-Action-Stream. Er reiht einfach Worte aneinander. Irgendwas, was ihm durch den Kopf fliegt. Er reiht jetzt einfach aneinander. Es macht keinen Sinn. Ich werde hier sitzen mit der Cam, mit dem Checken, mit dem Zeug, mit dem Tun, mit dem Gedöns, mit dem Gemache und keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, was du am Sonntag machst. Keine. Er weiß es nicht, Leute. Gib mir 20 Euro. Ich überlege mir dann, was ich im Stream Sonntag mache. Betrug ist das. Einfach Betrug. Einfach ein wenig am Skripte schreiben, am Bearbeiten, vielleicht auch am Schneiden von Videos, während ich einfach mit euch nebenbei ein bisschen quatsche. Welche Videos willst du denn schneiden, Rainer? Du machst keine Videos mehr. Den Dragon Monday und dieses Video jetzt. Was willst du denn da schneiden? Was willst du denn da vorbereiten, Rainer? Musst du einfach deinen Pokémon Streams vorbereiten. Du machst nichts. Also muss ich dich auch nicht dabei beobachten, wie du etwas, wie du nichts vorbereitest. Du machst nichts und willst dafür jetzt bezahlt werden. Du hast vorher schon wenig gemacht und jetzt im Februar machst du nichts. GNB Tage und willst jetzt dafür mehr Geld haben. Vielleicht auch ein bisschen erzähle, was ich mache. Ich werde euch keine Übertragungen anmachen. Zumindest ist das im Moment nicht geplant, weil es muss nicht sein. Weil ich will ja, dass ihr am Montag auch den Dragon Monday genießen könnt. Wenn ich euch jetzt irgendwie die Skripte zeige, dann wisst ihr schon, was am Dragon Monday auf euch zukommt. Nicht so genial, oder? Für 20 Euro im Monat könnt ihr mir dabei zugucken, wie ich am Sonntag was vorbereite. Aber ich kann euch natürlich nicht zeigen, was ich vorbereite, weil dann wisst ihr schon, dann seid ihr ja gespoilert für den Dragon Monday, Leute. Na gut, abgesehen davon ist eigentlich alles soweit erst einmal in Ordnung, denke ich. Das waren alle Vorteile, die jetzt auf uns zukommen für den kommenden Monat beziehungsweise für die kommenden Monate. Ich hoffe, ich kann damit den Leuten von euch ein bisschen hier und da sagen, okay, sieht ganz gut aus mit den Rängen. Kann man sich vielleicht doch mal ein bisschen anschauen. Der Weltkrieg ist ein bisschen reinzuschnuppern und die anderen Ränge sind quasi dann einfach für die Leute, die dann möchten, dass es weitergeht. Wie gesagt, ihr könnt jetzt alle entweder upgraden oder eben down. Es ist natürlich auch so, dass die Leute, die ihn nicht so gut kennen, die einfach mal reinschnuppern, jetzt zwei Euro weniger bezahlen. Das sind zwei Euro weniger für ihn. Und es gibt bestimmt ziemlich viele Leute, die mal fünf Euro Abo abschließen und nach einem Monat bemerken, hier stimmt doch irgendwas nicht und dann einfach nie wiederkommen. Und von diesen Leuten bekommt Reines halt auch zwei Euro weniger. Und die ganzen Leute, die einfach nur auf dem Discord rumhängen wollen, zahlen jetzt zwei Euro weniger. Ich würde es einfach feiern, wenn jetzt einfach weniger Geld für ihn rumkommt. Er hat einfach er hat nicht einen einzigen Cent verdient. ...downgraden, wie ihr das möchtet. So, und dann möchte ich noch eine kurze Sache ansprechen. Und zwar möchte ich kurz die Situation ansprechen, dass Leute momentan überall rum erzählen, das hältst du sowieso nicht lange durch von wegen, das kriegst du nicht hin, dass du da jetzt nur von den Einnahmen durch die Mitglieder lebst. Ja, also man kann ja ziemlich sicher davon ausgehen, dass Rainer Twitter mitliest, ne? So? Es ist ja manchmal schon recht lustig, irgendwas wird auf Twitter irgendwie erwähnt und drei Stunden später macht Rainer deswegen irgendwas, ne? Rainer interessiert sich überhaupt nicht, was die Hater sagen. Man kann ja irgendwas, man kann ja irgendwas auf Twitter schreiben und retweeten und ein paar Stunden später macht Rainer das. Rainer ist ja schon lange sowieso schon lange die Gruppe der Hater. Er merkt es noch nicht. Er bildet sich selber ein, dass er irgendwie das alles selber beeinflusst, aber ansonsten, das ist ja, man kann Rainer ja so leicht beeinflussen. Und so weiter. Und ich sage euch ganz deutlich, doch, das sollte schon gehen. Ich hätte mich nicht für diesen Schritt entschieden, wenn ich der Meinung wäre, dass das nicht funktionieren kann im Moment. Ja, Rainer, dass du nicht besonders gut in der Lage bist, irgendwie Pläne aufzustellen, die nicht funktionieren, das wissen wir. Rainer hat selber gesagt, er hat ungefähr 160 Mitglieder auf YouTube. So, jetzt gerade. Quelle Rainer. Da kann man immer noch ein großes Fragezeichen vormachen. 160 mal 5 Euro sind 800 Euro. 800 Euro komplett. Aber man geht davon aus, dass YouTube sich nochmal ungefähr die Hälfte, 40 Prozent bis die Hälfte davon abzwackt. Das heißt, wir sind einfach bei 400 Euro, die Rainer einnimmt durch seine Mitglieder. Ohne irgendwie Werbung auf sein Ding. Und er macht im Moment kein Geld mit Werbung auf seinen Videos, weil seine Videos gucken sich keine Leute an, weil das können nur seine Mitglieder gucken. Er hat irgendwie 100 Views auf seinen Videos. Das funktioniert nicht. Und seine Mitglieder-Only-Streams sind auch nicht gerade ein Segen, was Spenden angeht. Also natürlich, natürlich schafft Rainer das nicht finanziell. Er glaubt das jetzt, aber ja, einem 30-Jährigen, der 60.000 Euro Schulden hat, dass der jetzt keine großen finanziellen Zukunftspläne machen kann, das ist mir klar. Ich höre nochmal eben kurz weiter, weil ich glaube, er will das nochmal eben was sagen. Im Moment sieht es gut aus. Es wird natürlich definitiv ein bisschen... Im Moment sieht es gut aus. Ich habe gerade 400 Euro vorgerechnet. Lass es 500 Euro sein. 500 Euro im Monat verfuttert dieser Typ und bezahlt dafür Strom und sein Internet und sonst was. Das sind nur seine laufenden Kosten. Für 500 Euro repariert er nichts an seinem Auto, repariert er nichts an seinem Haus, stottert seine Schulden nicht ab. Seine Situation verbessert sich dadurch nicht. Leute, das ist das, was ich immer sage und ich persönlich habe diese Einstellung jetzt auch angenommen, obwohl ich mich jetzt gerade ein bisschen darüber aufrege, dass er natürlich jetzt gerade wieder so nach Euros bettelt und nichts dafür leisten möchte, aber ein paar Euro mehr in der Tasche werden Rainer nicht retten, weil das Geld, was er hat, auch wenn er mal ein bisschen mehr Geld hat, Rainer kann dieses Geld nicht ausgeben, um seine Situation zu verbessern. Auch mit ein bisschen mehr Geld in der Tasche, es wird einfach nicht besser, es dauert nur länger. Und irgendwann wird das alles über ihm zusammenbrechen. Vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, weil irgendwann wird dieses Haus über sich zusammenbrechen. Seine Existenz, dieser Mann wird nicht den Rest seines Lebens seine Existenz halt einfach halten können, so schlimm, wie sie jetzt schon ist oder so. Jetzt wird der Tag kommen, an dem wird Rainer alles verlieren und ein paar Abos mehr auf YouTube werden daran auch nichts ändern. Was es nicht weniger verwerflich macht, jetzt nach 20 Euro zu betteln und nichts dafür zu leisten, Rainer. Nichts. Ein Schlagloch sein in meinen Einnahmen, definitiv. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Schlagloch auf Dauer so läuft. Aber im Moment habe ich... Ja, mit deinem neuen derben Rängen gibt es ja bestimmt ganz, ganz viele Leute. Jetzt kommen bestimmt 500 Leute an, die bestimmt für 2,99 erst mal abonnieren. Das denkt er ja. Davon geht er ja aus. Bis jetzt zumindest noch keinerlei Interesse, den Kanal wieder veröffentlichen zu können für alle. Es wird in den nächsten... Schiss hast du, Rainer. Du hast Schiss vor dem dritten Strike. Du hast selber gesagt, dass du zwei Strikes hast und diese ganze Mitglieder ohne die Sache. Natürlich ist das finanziell für ihn katastrophal. Aber er hat Angst, den dritten Strike zu bekommen. Er hat Angst, er hat Angst, seinen YouTube-Account komplett zu verlieren und die letzten 400 Euro, die er damit pro Monat einnimmt mit seinen Mitgliedern. Und ja, das ist die pure Angst. Das ist nichts anderes. ...die nächsten 2, 3 Wochen zum neuen Musikvideo kommen. Daran arbeite ich im Moment. Einer der weiteren Gründe, warum es heute keinen Stream gibt. Und das war's eigentlich. Ja, das ist ja vielleicht auch so eine... Das war's übrigens eigentlich. Das Video geht noch zwei Minuten leider. Das ist natürlich auch so eine Sache. Man kann sich auch vorstellen, dass er versucht, sich rüber zu retten bis zu seinem neuen Musikvideo. Weil natürlich, wir wissen, Skörskör hat jetzt 1,2 Millionen Aufrufe. bei dieser üblichen YouTube-Kosten für Werbekosten-Struktur. Man sagt immer, 1.000 Views 1 Euro, ein bisschen mehr. Eine Million Views sind 1.000 Euro, ein bisschen mehr. 1.200 Euro oder so für eine Million Views. Und in Rainers Schädel ist es natürlich so, natürlich, wenn er jetzt ein neues Musikvideo rausmettelt, dann wird das natürlich auch eine Million Views. Das hat genauso wie Skörskör, weil er ist ja jetzt ein großer Musiker irgendwie. Mal abgesehen davon, dass, ne, also man weiß es nicht, aber man kann ja davon ausgehen, sein Musikteam, das ist ja einigermaßen produziert, sein Musikteam wird ja auch nicht für umsonst arbeiten. Vollkommener Quatsch. Die werden auch, und Rainer kann die nicht im Voraus bezahlen. Das heißt, von dem Geld, was er einnimmt für diese Musikvideos, da wird er sicherlich prozentual auch noch was an sein Musikteam abdrücken müssen. Die werden das, die werden das einfach nicht umsonst machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher, ja, erstmal alles für die Mitglieder und hoffentlich rüberretten bis zum nächsten Musikvideo. Ich glaube, das ist rein das Long-Term-Plan gerade. Ich habe im Moment keinerlei Interesse daran, irgendwie das Ganze zu verändern. Im Moment läuft es gut. Es ist alles... Nein, es läuft nicht gut. Was willst du mir denn erzählen? Am Donnerstag hast du zwei Stunden gestreamt und deine Spenden waren null. Exakt null. Rainer, du hast zwei Stunden gestreamt oder ich weiß gar nicht, wie lange er gestreamt hat. Ich weiß nur, dass es null Euro waren. Du hast gestreamt, du hast keinen einzigen neuen Mitglied bekommen, du hast keine einzige Spende bekommen, es haben dir zehn Leute zugeguckt. Du hast einfach zwei Stunden gestreamt und es hat dir gar nichts gebracht. Als du vor einem Monat zwei Stunden gestreamt hast, hattest du 50, 70, 80 Euro Spenden. Nein, es läuft nicht so, Rainer. Und natürlich möchtest du das nicht, aber du hast Schiss. Du hast Schiss vom dritten Strike, du hast Schiss, dass wenn du jetzt alles öffentlich machst, dass es in zwei Wochen einfach vorbei sein könnte. So, das ist alles. Alles soweit gut, wir haben genug Abonnenten, ich sage jetzt absolut nicht wie viele, aber wir haben genug Abonnenten, wir haben Wir, immer dieses Wir. Genug Klicks auf den Videos, meine Einnahmen sehen gut aus soweit, also ich bin der Meinung, dass es da absolut keine Probleme geben dürfte. Vielleicht würde es in ein paar Monaten anders sein, aber das Ganze, die Einnahmen, die ich jetzt bekomme, die bekomme ich aus dem Januar. Das heißt, ich bekomme sowieso den kompletten Betrag, den ich sowieso bekommen würde. Ich gehe stark davon aus, dass wir in diesem Jahr nochmal wieder eine neue kleine Stromlosstaffel sehen werden. Dass er irgendwann an einem Punkt sein wird, wo er quasi einen Stromzähler nicht mehr aufladen kann. Ist so. Das heißt, ich würde erst im März merken, ob es funktioniert oder nicht. Oder Ende März irgendwie. Und das war es eigentlich. Mehr ist das nicht. Und wir werden jetzt sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich probiere das jetzt aus, das würde auf jeden Fall zwei, drei Monate das so laufen. Es ärgert mich natürlich, weil ich eigentlich allen Leuten die Möglichkeit geben möchte, die Videos anzuschauen. Aber es wird jeden Monat, es sind jeden Monat mehr Abonnenten, also Mitglieder, ist es jeden Monat mehr und es geht jeden Monat besser. Ja, Abonnenten werden ja jetzt null sein, Rainer. Also, wenn du alle deine, alle deine Videos Mitglieder-only zu machen und deine Streams Mitglieder-only zu machen, bedeutet Wachstum null. Das ist ja logisch. Weil neue Leute können deine Videos nicht finden, weil sie sehen sie nicht. Also, es werden immer mehr Abos, ist ja Quatsch. Wenn er jetzt in diesem Monat, wo er alles Mitglieder-only macht, wenn er noch neue Abos bekommt, dann hat ihm irgendjemand diese Abos gekauft. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, wenn ich den kompletten Kanal einfach auf Mitgliedern nutze. Und ihr braucht mir nicht zu sagen, ja, die Restreamer haben doch dann viel mehr Vorteile, weil die können dann viel mehr veröffentlichen. Es stimmt so nicht ganz. Tatsächlich habe ich mehr Vorteile. Na, natürlich können die nicht so viel veröffentlichen, weil du machst ja auch nichts mehr, verdammt nochmal. Und wieso hast du mehr Vorteile dadurch? Erklär mir das nur bitte, Rainer. Weil selbst wenn es so viele Restreamer gibt, ich kann die Restreamer striken lassen und ich kann die Restreamer auch so striken lassen, dass ich die Einnahmen der Restreamer bekomme. Das geht auch. Das ist gar kein Problem. Und dann haben die Restreamer gar nichts davon. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß es wirklich nicht, ob das in den YouTube AGBs irgendwie so drinsteht. Mal abgesehen davon, dass die Restreamer ja keine Einnahmen haben. Also wenn seine Livestreams gerestreamt werden bei den Anti-Mobbing-Guys oder bei Ranger oder so, die haben ja dadurch keine Einnahmen. Die nehmen keine Spenden an. Die machen keine Werbung. Die haben zwar logischerweise Abonnenten auf ihren Kanälen. Mit den Restreams verdienen die doch kein Geld, Rainer. Also bekommst du auch nichts davon. Und wie das funktionieren soll, dass ich dann davon weiß ich nicht, das ist Quelle Rainer. Ich gucke das jetzt nicht nach. Rainer will mir jetzt erzählen, das hat für ihn total viele Vorteile. Ich sage, Rainer steuert auf den finanziellen Ruin zu. Und bis auf die Klicks vielleicht. Aber ganz ehrlich, wer so dumm ist, bei einem Restreamer zuzuschauen, den möchte ich auf meinem Kanal gar nicht haben. Wenn ich ehrlich bin. Weil entweder ich schaue das Original oder ich lasse es. Eine Fälschung brauche ich nicht anschauen. Doch, wenn das Original ein bettelndes, betrügerisches, riesen Arschloch ist, Rainer, dann gucke ich das Original nicht. Also zumindest meine Meinung. Weil warum sollte ich mir, es ist ein bescheides Beispiel, weil ich momentan das Hörbuche, warum sollte ich mir Bylight anschauen, wenn ich mir Twilight anschauen kann? Ich hoffe, das hat der eine oder andere verstanden. Oder warum sollte ich mir Lord of the Reads anschauen? Ja gut, Lord of the Reads, das wisst du dich. Warum sollte ich mir eine Fälschung anschauen, wenn ich das Original sehen kann? Ganz einfach. Die Leute gucken bei ReStreamern, weil sie dich ablehnen, Rainer. Und weil sie dir nicht den Klick geben wollen. Weil du es nicht verdient hast. Genauso wie du jeden einzelnen Euro aus den Abos nicht verdient hast. Und so weiter. Ich gucke jetzt noch mal eben schnell die letzten 23 Sekunden. Einfach. Dass ich der Meinung bin, dass es funktioniert. Es sieht auch gut aus. Bis jetzt zumindest. Vielleicht ändert sich das noch. Das weiß ich noch nicht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin. Euer Drache. Und haut rein. Ciao, ciao. Und wie gesagt, das Video hier ist veröffentlicht für alle, damit jeder das mit den neuen Mitgliedschaften verstanden hat. Hauen sie. Ja. Also. Im Prinzip ist es der Rainer wie immer. Er leistet nichts. Er möchte auch in Zukunft nichts leisten. Aber er möchte Geld dafür haben. Und das funktioniert nicht. Und deswegen lehnen das die Leute ab, Rainer. Und deswegen gucken die Leute auch bei Restreamern. So. Dass er dieses eine Video jetzt öffentlich gemacht hat, ist klar, um die Leute darauf hinzuweisen. Aber wie groß ist die Chance, dass jemand, der Rainer nicht kennt, der sogar willens ist, zu abonnieren, sich jetzt dieses Video anguckt und jetzt sagt, oh, jetzt abonniere ich den aber mal für drei Euro im Monat, dann gucke ich mir den Rest auch noch an. So. Von diesem kleinen, ja, klein ist er nun wirklich nicht, hier von dem Grinch, der vor seiner grünen Tapete sitzt. Irgendwie. So, das bringt halt nichts. Diese ganzen Änderungen mit den Rängen wird ja sein, passiert ja nur innerhalb seines Mitglieder-only, seiner Mitglieder-only-Bubble. So. Weil neue Abonnenten von außen werden nicht dazukommen, wenn er keine öffentlichen Videos macht. Das heißt, die seiner Abonnenten, die er jetzt hat, lass es 100 sein, lass es 160 sein, wie er letztens gesagt hat, die ändern jetzt vielleicht ein bisschen was dran. Und wenn, und wenn ein einziger von 5 Euro auf 20 Euro hochgeht und 50 Prozent seiner Abonnenten von 5 Euro auf 3 Euro runtergehen werden, dann wird Rainer weniger Geld haben. Also, die Chance, dass diese Änderungen sich jetzt für ihn irgendwie auszahlen, finanziell, nein, dieses, dass das finanziell bei ihm funktioniert, wenn er Mitglieder-only macht, nein, das ist einfach nicht so. Also, Rainer steuert auf die finanziellen Ruinen zu, er weiß das auch, also er muss das halt wissen irgendwie und jetzt versucht er mit dieser Offensive nochmal mehr Leute anzulocken, deswegen macht er dieses Video öffentlich, ne, abonniert doch mal alle für, ein paar von seinen Abos können auf 20 Euro hochgehen und abonniert doch nochmal ein bisschen für 2,99 Euro, da bekommt ihr richtig viel von. Für 2,99 Euro könnt ihr ja einen Stream die Woche am Samstag gucken. Aber ein Dragon Monday bekommt ihr nicht zu sehen für 2,99 Euro. So. Ja, das ist Rainer. Ich mache viel, viel weniger als letzten Monat und das bisschen, was ich mache, dafür müsst ihr jetzt bezahlen, weil sonst bekommt ihr das nicht. Und in seinem Kopf ist das wirklich in Ordnung. So. Da fällt einem auch nicht mehr viel zu ein, außer, Rainer hat nicht einen einzigen Euro verdient und, ja. So viel dazu. Ja, so, so ganz viel. Das ist halt, das ist halt so ein typischer Rainer irgendwie. Ja, die Dragon Mondays könnt ihr jetzt nicht mehr gucken, außer ihr seid Drachis. So. Vorher hat er halt 18 Dragon Mondays für alle gemacht. Streams könnt ihr jetzt, die meisten Streams könnt ihr jetzt nicht mehr gucken, wenn ihr nur für 2,99 Euro abonniert. Früher hat er auch für die ganze Welt gestreamt. Also, das ist ja, Rainer hat ja ein Problem. Rainer hat das Problem, er möchte den dritten Strike nicht bekommen. Deswegen macht er diese ganze Mitglieder-Only-Sache und münzt das jetzt um in, ja, ihr müsst jetzt ein bisschen was bezahlen, aber dafür halten wir die Hater draußen. Das ist ja, er hat ja dieses Problem mit den Strikes jetzt gemacht, wenn er keine 2 Strikes hätte. Natürlich würde er für alle öffentlich streamen, weil er in diesen öffentlichen Streamen so viel mehr Spenden bekommen hat. Das ist halt einfach so. Ich kann gerade nicht anders, ich habe Angst vor dem dritten Strike, also mache ich das jetzt, habe ich das jetzt hinter einer Mauer gemacht und ihr müsst halt bezahlen, um über die Mauer zu kommen. So. Aber das, in seinem Kopf besteht überhaupt keine Verbindung aus, die Leute müssen bezahlen und ich muss irgendeine Qualität dafür abliefern. Nichts. Ihr könnt einfach mir Geld geben und dann zeigt es den Hatern nochmal richtig, ne? Gut, dass er damit ordentlich auf die Schnauze fallen wird, Rainer. Das wird nichts bringen und selbst wenn es was bringt, lass ihn 50, 100 Euro im Monat mehr verdienen, jeden Monat. Leute, es wird ihn nicht retten. Es wird ihn nicht retten. Das Ganze wird in einer riesigen Katastrophe enden. So. Das war jetzt das. Ich habe gedacht, ich gucke mir das jetzt mal eben einmal an, Samstagabend und ja, gucken wir mal, was es sonst noch gibt und morgen, äh, nicht morgen, am Montag gucke ich mir den Dragon Monday bei einem Wii-Upper an, so wie ihr Mann, ne, Leute? Wisst ihr schon. Und die Streams werden wir uns auch alle angucken. Ja, mal gucken. Rainer möchte mal gucken. Rainer hat ja auch einen derben Finanzplan. So, er bekommt ja jetzt das Geld aus dem Januar und, äh, das ist ja kein Problem, weil, ob das funktioniert, merkt er erst im März. Dass er im März auch essen muss, dass er im März auch seinen Strom bezahlen muss, das ist ja das Problem von März, Rainer, ne? Und ich glaube, der vegane Jahrmitzger aus dem März wird sich das auch noch angucken. So. Leute, ich bin erst mal raus. Ähm, heute, dieses Wochenende soll das furchtbare Winterwochenende werden. Ich lebe auch in dem, in einem Gebiet, was wohl ein bisschen stärker davon betroffen sein soll, so in Norddeutschland. Ähm, von daher, ja, hoffe ich, hier übersteht das alle gut. Wahrscheinlich wird es gar nicht so schlimm, wie es denn sagen. Ich bin der vegane Jahrmitzger. Ich bin erst mal raus. Bleibt gesund, Leute. Und, Mädel auf!